Hey Leute, ich bin jetzt schon eine ganze Weile weg gewesen und würde gerne wieder zurückkehren, neue Videos hochladen. Mein letztes richtiges Video ist schon fast oder über sieben Monate her, das ist eine wirklich lange Zeit. Es ärgert mich, dass ich so lange inaktiv war und das hat mehrere Gründe gehabt, jetzt abgesehen davon, dass ich privat wenig Zeit hatte. Also lag es auch daran, dass die Total War Reihe einfach nicht mehr wirklich viel hergibt, also die letzten Spiele haben mir nicht gefallen. Total War Tera, Total War Warhammer, besonders was den Multiplayer angeht, gab es nicht wirklich viele Features, das Balancing war nicht gut. Das werde ich auf jeden Fall noch in einem anderen Video behandeln. Auf jeden Fall gab es für mich nicht wirklich viel Stoff, den ich hätte behandeln können. Und ja, dadurch, dass ich auch so wenig Zeit hatte, hat es sich einfach ergeben, dass ich einfach fast keine Videos oder eigentlich gar keine Videos hochgeladen habe. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall ändern. Allerdings möchte ich jetzt nicht so weitermachen wie bisher, weil es einfach nicht funktioniert. Ich würde den Kanal also gerne neu ausrichten, zu dieser Neuausrichtung. Würde jetzt gehören, dass ich neue Spiele dazu nehme, das liegt glaube ich auf der Hand. Das habe ich eigentlich schon mehrere Male versucht, allerdings hat es nie wirklich geklappt oder vielleicht habe ich es auch nicht lang genug versucht. Auf jeden Fall würde ich jetzt neue Spiele dazu holen, neue Genres. Aber wichtiger als das, ich würde gerne den Kanal erweitern, also nicht nur Gaming behandeln, sondern würde gerne dazu noch Sachen wie Politik, Nachrichten, Sachen, die mich interessieren, mit reinnehmen. Also jetzt nicht so richtig ernst, sondern gepaart mit dem Gaming, vielleicht abwechselnd, vielleicht gemischt. Das würde ich jetzt glaube ich gerne noch erstmal ausprobieren. Auf jeden Fall spiele ich mit diesen Gedanken, denn so wie es bisher läuft, würde ich nicht gerne weitermachen. Ich weiß aber nicht, wie ihr dazu steht, weshalb ich eine kleine Umfrage vorbereitet habe. Ich würde euch gerne bitten, die einfach mal kurz durchzuführen, das geht ganz schnell, allerhöchstens 5 Minuten. Ich würde einfach gerne wissen, was für Menschen meine Zuschauer sind. Also das habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht, das hätte ich machen sollen, aber besser spät als nie. Das sind einfach ganz einfache Fragen wie Geschlecht, Alter, Interessen und so weiter. Damit ich mir ein besseres Bild machen kann, besser einschätzen kann, was für Inhalte ich rausbringen soll. Deshalb ja, wäre es ganz nett, wenn ihr die Umfrage mal durchführt. Wie gesagt, geht ganz schnell, würde mir sehr weiterhelfen. Und schreibt mir einfach mal gemein, was ihr vom Kanal haltet und was ihr in Zukunft erwartet. Ansonsten war es das von mir, war jetzt ein kleines Infovideo. Einfach mal, um zu sagen, wieso ich die ganze Zeit weg war und wie es jetzt in Zukunft aussehen wird. Ansonsten bedanke ich mich gerne fürs Zuhören. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, euer Hannibal.